Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Wir sind immer noch hier unterwegs und er hat uns was mit mir vor, das Ängelchen. Was hast du vor? Siehst du das hier auch? Das hier? Das pinke? Ja. Ist das ein Dreidel? Ich hab's eingesammelt. Äh, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was du bist. Ich muss erst mal lernen, umzugehen mit dem Zauberstab. Kannst du mich mal aus diesen scheiß Dingern rauslassen? Ah, cool. Automator Seed, okay. Was ist das? Hä? Ein automatischer Seed? Äh, okay, ich hab keine Ahnung, was das genau ist, aber ich hab's mitgenommen. Okay, und der Rennschirm war doch vor und stoppt. Kryonik-Extrakt. Ach so. Hä? Äh, guck mal, Pikachu. War das tot, Mann? Ja, natürlich. Hallo, das ist gekannt schon. Huch! Nein, doch ein Stück her. So. Ja, das sah gut aus auf jeden Fall. Sehr gekonnt. Aua! Oh, Stö. Mist. Toll, da will ich's grad treffen, zieht er es beiseite. Ja. Nein, ich muss es retten. Ich komm nicht weg hier. Ich mein, dein Zauberstäbchen ist ja ganz nett, aber es hat auch ziemliche Nachteile. Zum Beispiel? Mich festzuhalten. Ach so. Ich dachte jetzt, dass ich hier gegeben habe. Nein, dein Zauberstäbchen ist ja ganz nett, aber es hat auch ziemliche Nachteile. Das ist normal. Er ist schneller. War wenigstens was drin? Ja. Was denn? Eine AA-Batterie, eine Hightech-Hightech-Chest und eine Tech-Card. So. Da gucken wir jetzt mal kurz, was eigentlich diese Hightech-Chest ist. Die Truhe, die du abgebaut hast. Nein. Ähm. Ach ja, das ist die gleiche, die ich... Aua, 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 aua. Und einmal im blau. Ja, toll, prima. Ja, klasse. Hm? Klar. Hol ruhig irgendwelche Viecher her und ran, dann weg. Klasse. Richtig die geile Idee. Deswegen bin ich weggerannt, weil ich fast tot bin. Oh, das gibt's aber nicht. Ich bin gleich wieder da. Hm, toll, toll. Okay, ich musste jetzt gerade fliehen und deswegen musste ich jetzt deinen ganzen Scheiß entsammeln. Okay, also hast du jetzt meine ganzen Pflanzenfaser, die ich gesammelt habe, um mir, äh, Heilsachen zu machen. Genau, die hab ich jetzt alle. Und jetzt mach ich mir erstmal Pflanzenfaser heilsam und dann ist das gut. So. Dann wollen wir jetzt erstmal, ähm, mir ein bisschen Heilung machen, was ich mir ja richtig, richtig, ähm, schwer erkämpft habe, die ganzen Pflanzenfasern. Zusammen gefarmt hast? Hm. So, ich hab mir eigene geholt. Ich hab mir keine dafür gebraucht, hab. Seh ich auch so. Ich glaub, er ist sauer auf mich. Naja, Quatsch. Okay, das hier kann ich essen. Hey, wieso kann ich, ich hab doch gerade so viele Pflanzenfasern gesammelt, warum kann ich nur zweimal dieses Heilding herstellen? Nein, jetzt gerade hab ich doch noch welche gesammelt. Da lang ein Haufen von am Boden rum, na egal. Dann haben wir halt nur zwei. Muss reichen. Popcorn! Popcorn? So. Ja, ich hab grad Pop, äh, Pop, 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 Sofa, Pop, 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 Pop. Ja, ich komm nicht. Okay. Ich hab eigentlich gehofft, dass hier noch ein paar mehr... Was zur Hölle? Aha, daneben ein komisches, hässliches Viech. Ach so, das ist Kakao-Samen, die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Davon hab ich schon so viele. Oh, ne Karotte. Upsa. Was suchen wir eigentlich hier auf diesem Planeten? Ähm, ich suche eigentlich noch nach Objekten von den Floranern. Okay. Weil wir brauchen eigentlich nur noch ein einziges. Denk ich mal. So, ich hab jetzt neun, ich sammle kurz Planfiber. Ja, mach das. So, jetzt hab ich 27, damit sollte man noch ein bisschen was herstellen können, oder? Keine Ahnung. Nur sieben. Na gut. Immerhin hab ich dann wieder ein paar mehr. Hallo, du solltest doch die sieben herstellen. Muss ich dafür im Inventar bleiben? Okay. Ja, wo bist du? Aua. Hier vorne. Ja, ja, ich weiß, du bist schon wieder weggerannt. Du findest schon wieder die geilen Sachen und... Ich geh erstmal ne Runde unter. Das ist ne gute Idee. Was ich mir so komisch finde, ist, dass ich das nicht einfrieren kann, oder sowas. Ja. A little bit seltsam. Ach, geschafft. Äh, was zur Helle? Was seid ihr denn? Pilzer. Ah, Pilzer. Pilzer. Magic Mushrooms. Oh, guck mal, da ist Tod. Apropos Magic Mushrooms. Da ist Tod. Nicht Tod, Tod. Egal. Der Tod sieht ja jetzt nicht aus. Noch nicht. Ja, klauen wir ihn alle sein Stuff, damit wir ihn toten können. Das ist ne gute Idee. Alter, sind das riesige Pilze. Ich hab ne Akustik-Gitarre. Ich, ich, ich baue mal kurz das Ding hier ab. Ich will das Ding hier abbauen. Ich hab einen Erfolg gekriegt, dafür hätte ich ne Akustik-Gitarre gefunden. Cool. Schmeiß mal her, ich will die auch finden. Warte, warte, hier, warte, hier, warte, 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 hier, hier, hier. Ah, cool, Pilze. Hier, liegt sie, hier. Akustik. Was? Akustik. Danke. Meine. Jo, kannst du halten. Ja, behalte ich auch. Diesen Pilzer. Den Erfolg hab ich ja schon. Kann man die abbauen? Ja, die kannst du abbauen. Na, Krimo. Warte, wie niedlich. Ähm, Krimo, Krimo, Saplingshäu. Wozu baue ich die jetzt ab? Ey, Duda, bist du Freund oder Feind? Ey, Duda, bist du Freund oder Feind? Noch ist er Freund. Oh, nee, nein, er ist kein Freund. Er ist ein Feind. Er ist ein feindlicher Feind. Ein verfeindeter Feind. Stopp, du verfeindeter Feind. So. Überall ist voll geil, wie ich mit dem Bogen umgegen kann. Ja, du loote mal alles. Ist nix da. War nix drin. Hallo. Oh, Kiste. Kiste. Alles meins. So. Und ich geh einfach weiter. Die Kiste erinnert mich voll an den Pokéball. Die musste ich jetzt nicht nehmen. Nicht, dass ich mir überhaupt mal irgendwas leeren lassen würde, aber trotzdem. Ich nehm doch eh mal alles mit. Selbst wenn wir es nicht dürfen, uns das alle verprügeln danach. Nun, mach mir auch kalt. So. Oh, ne Brücke. Leckeres, dunkel. Nur dunkel. So. Okay, wir gehen schon mal weiter, während er sich da noch mit den Leuten kloppt. Ich hab dir grad den Arsch gerettet. Ja, hm, genau. Ah, nochmal ein Pikachu. Ne, das ist eine Weiterentwicklung. So. Ich warte mal hier eine Wissen, ob es hier noch... Tomaten. Tomatensaft. Haft, ne, nur Tomaten. Ja, sehr. Ja, wer kommt gerade da, ich guckte, wie ist das meine. So, jetzt aber. Au. Geh weg. Geh weg, du hässliches Viech. So. Aua. Aua, au. Ups. Ich hab mich aus Versehen selber irgendwie gekillt. Du hast dich gekillt. Ja. Irgendwie. Oh, ich hab dein Stuff aufgesammelt. Ja. Da hab ich gerade mein komisches Gravitationsfeld wurde reingesetzt und dadurch auch gut. So. Plus, deswegen, weil ich hier eine Reis insammeln wollte. Ähm, wo ist denn der Reis hin? Keine Ahnung, vielleicht hab ich ihn auch gesammelt. Ne, ne. Den hab ich noch nicht aufgebaut. Ach so. So, hier sind Kartoffeln, da ist der Reis. Ich hab in der Zeit mal alles gekillt. Ja, gut. Oh, ich hab 63 Bandagen. Zum Heilen. Hm. So, ich liebe bloß eher, das freu ich mich. So. Die wandern so ein bisschen. Kottchen, 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 Kottchen. Hm? Kottchen, Kottchen, Kottchen. So, okay. Ich nehm jetzt wohl noch meinen sexy Zauberstab. Ne. Ach, Mann, ey. Immer diese, diese, diese Dicken. Eigentlich, das sind, weil die Loserviecher, warum, warum sind die auf jeden Fall so stark? Sind die doch gar nicht. Doch, die hatten die. Man darf sich nur nicht treffen lassen. Ja, ne. Machst du das? Na, und die Kiste ausbuddeln. Ach, das ist ne Kiste. Ja, natürlich. Das ist ja immer ne Kiste. Ne, das ist ja ne Kiste. Möcht ihr hört. Ähm, da kommt ein bisschen was. Hallo. Bye. Oh, reich. Du, 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 du. Na, du machst das schon jetzt wieder. Ja, ne? Werd besser. Stopp. Im Leben verlieren. Bin gestorben. Ich seh's. Woran? Das war so viel. Ich kann dein Zeug nicht mehr mitnehmen, das ist zu viel. Ja, ich bin doch schon bewegt. Liegt da übrigens... Ich schütze das mit meinem Leben. ...in dem Loch, glaube ich, lag da was drin. Ne, noch? Alter. Mach es weg. Da. Super. Der Zauberstab ist genial. Auf, wenn das hier ätzend ist. Du musst bloß oben lang fliegen. Geht nicht. Äh, springen. Nicht, wenn man drin hängt. Äh, was ist das? Was bist du? Ist egal. Bappelpflanze. Ist doch wie egal, was da jetzt drin ist. Okay. Die Zauberstäbe sind voll praktisch, weil die einfach Licht machen. Ist das ein Lager da? Ein Lachtlager? Ja. Geht man zu Hause? Frag mal. Ich hab Licht das mal ausgemacht. Strom sparen. Strom sparen. Von der Gaslampe Strom sparen. Immer geil. Ähm, das läuft hier übrigens immer noch hinterher, das komische, hässliche Ding da. Geht's nicht mehr. Ne. Gibt es hier überhaupt noch florale Objekte? Ich hab keine Ahnung. Das war ja am Anfang welches. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft gedacht, dass ich gegen den Stein laufe. Ähm, gehofft gedacht, dass hier auch ein paar... Alter, wie viele gibt's denn mal von diesen Kackviechern? Die sind aber auch ätzend. So. Dafür esse ich jetzt erstmal... Ich esse gar nichts. Ich wollte mich eigentlich mal kurz reihen. Ach stimmt, ich kann nicht sagen. Oh, noch so ein anderes komisch, hässliches Fisch. Geh weg. Geh doch. Willst du was abhaben? Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich beleidigt. Hm. So. Ich hab Reis. Und ein Molotov, guck den. Du weißt, was das bedeutet. Oh ja. Action. Ah. Warte mal. Mal gucken, ob hier wer drin ist. Jupp. Da ist jemand. Ich will jetzt mal netto-freundlich fragen, genau. Aber ich dachte mir so, warum nicht? Vielleicht mal Partie-Stimmung machen. Und Treffer. Treffer verschenkt. Äh, versenkt. So. Okay. Hier ist auch noch ein bisschen was. Und Loot einsammeln. Loot einsammeln. Was machst du da? Weilspielen? Was? Weilspielen. Weilspielen? Weilspielen. So. Okay. Ah, guck mal an. Hab Wasser abgelassen. Okay. Schön. Wie lange können wir noch auf Klo muss? Ich fallte auch nochmal. Wieso? Dann gehen wir mal weiter gucken. Ich hoffe mal, dass... Ich vermute mal, dass hier nichts mehr ist. Ich hoffe mal, so pessimistisch. Huch, ins Wasser. Toll, ich fall ins Wasser und krieg Schaden. Ja, voll Schaden. Aua. Im Wasser. Ja, voll Schaden im Wasser. Hallo, Herr Eule. Wie geht's dir denn so? Halt. Okay. Die Eule ist uns nicht unbedingt so freundlich gesinnt. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin... Ja, ich auch. Ich bin... Ich bin... Und ich kann mich noch nicht mal heilen, weil ich noch ein Stück gekraftet habe davon. So. Ähm, ich krieg das Essen leider hier nicht mitgenommen. Ja. Ich muss mich auch noch heilen. Moment. Ich hab ein bisschen was gekillt. Hier liegt so ein bisschen Essen. Oder? Oder? Oh, hallo. Aha. Türe zu. Wir bleiben jetzt hier. Ey, ich hab gesagt, Türe zu, du wichst auch. Die scheiße Türe zu. Ey, falls du willst, unten sind zweimal Bandagen. Was soll ich mit Bandagen? Na, ich hab ja noch so viele, deswegen. Uh, ein... Wie gnädig von dir. Ein Zweihänder. Meins? Ne, das war klar. Mal testen, wie er so ist gleich. So. Und ich habe gekriegt eine... Okay, der hat keine Rechtsklick-Attacke. Der hat nur eine normale Schlag-Attacke. Ja, sowas gibt's auch. Ist ja langweilig. Achtung, Bombe. Kartoffelwerfer? Scheinbar. Hm. Hast du auch so'n Ding jetzt? Ja, ich kann auch bloß eh mal. Ja, ich kann... Ich kann auch bloß einmal. Hallo. Ähm. Bevor ich sterbe. Wie, Freund oder Feind? Das ist ja... Wo? Der kleine Ding da. Hey, du da. Bist du Freund oder Feind? Erklär dich. Okay. Freund. Oh, ne neue Einhandwaffe. Ähm, okay. Alter, kommt man ja alle her. Au. Bombe ist das. Bombe. Gut, dass du die Heilung findest. Uah. Die waren gut getarnt. Alter, Spiele. Froste sie. Oder so. Das ist ja sattig, dass ich froste. Ich hänge. Etlos. Etlos-Loop. Du solltest dich mal heilen. Dein Ernst? Was denn? Dieses scheiß Ding da hinzustellen? Ja. Ah, Pikat... Oh, ich hasse das. Hier kommt was. Hier kommt was, was wir uns in der nächsten Folge angucken. Okay. Bis dahin. Ciao. Ciao.